Hi Leute! Heute kommen ein paar Infos mit meinen Meerschweinchen. Aber heute nicht über meine Meerschweinchen, sondern über meinen Kanal. So, einfach über meinen Kanal. Ja, sie haben gerade im Fee was zu essen bekommen. Eigentlich bekommen sie eben abends und ein bisschen morgens. Ähm, aber jetzt haben sie es mal früher bekommen, also etwas. Das ist Cookie, das ist Prinzessin und, ja, ähm, die fressen jetzt und ich erzähle euch etwas, oder ich sag euch ja ein paar Infos. Ähm... Du hast genug was. Und... Erste Info... Sekunde... Och, Cookie... Cookie... So, warte... Okay. Erste Info ist... Ja, dann geh da hin und fress weiter. Ja. Also, erste Info ist einmal das mit den Videos. Wie pünktlich die kommen und so weiter. Also, eigentlich mach ich ja jeden Sonntag nicht zur Kamera gehen. Eigentlich... Eigentlich... Eigentlich mach ich ja jeden Sonntag ein, ähm, Musical.ly hochladen. Ähm... Ähm... Das... Habe ich aber nicht geschafft. Das kommt aber gleich noch online. Kein Foto an Alter entwickeln. Du hast ja selber noch... Ähm... Das kommt aber gleich noch, weil... Jetzt ist zwar schon Mittwoch, aber egal, ne? Also, eigentlich kommt Musical.ly immer jeden... Hotzi... Musical.lys kommen immer jeden mit... Och... Jeden Sonntag. Sorry, Leute. Ähm... Jeden Sonntag. Und... Ja, jetzt sieht er gerade, wie bescheuert die werden. Aber, naja... Jetzt fühlst du sie zurück, wo sie es ist. Ja... Ähm... Hier... Wenn ihr unbedingt nebeneinander fressen wollt... Dann habt ihr halt euer Befehl direkt vor der Nase. So... Sorry, es geht nicht so um die Marschmannchen. Und zwar... Ist einmal... Ähm... Das... Mit den Videos... Halt... Musical.lys mache ich ja eigentlich jeden Sonntag. Wollte ich ja auch eigentlich noch machen. Ähm... Auch weiterführen, aber... Habe ich nicht geschafft. Gleich bekommt ihr ein Musical.ly. Und ich guck mal, ob ich es noch schaffe, eins... Das ist ja bestimmt, wie ein Naht hochzuladen. Wenn ich das noch schaffe, dann... Lade ich es auf jeden Fall hoch. Ähm... Ja... Sonst überhaupt über Videos... Über Tiervideos oder so... Ich weiß nicht genau, was ich über meine Tiere drehen soll. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe ja schon eine Tiervorstellung gemacht. Aber... Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich sonst noch machen soll. Das könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Ja... Das wäre das eine. Und halt auch andere Videos. Keine Ahnung. Ich kann auch mal andere Spiele zeigen. Ähm... Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und... Ja... Das... Das Infovideo geht jetzt eigentlich nur über... Die Videos. Wenn ihr noch irgendwas klären wollt... Keine Ahnung. Ich könnte mal so einen Uploadplan machen, aber ich habe einfach keine Zeit. Seht ihr ja jetzt auch mit den Niesel-Kiddies? Ich habe keine Zeit, die... Hier in so einer hoch zu laden. Ich weiß auch nicht. Ja... Okay. Dann würde ich sagen... Komm her! Komm her! Hier geht's! Sagen... Wir... 3... Und Teddy auch. Auch wenn er nicht wach ist. Ähm... Euch jetzt... Bis... Zum... Nächsten... Mal... Zessen! Was losziehe! Ja... Bist du? Ja... Dann... Wir... Bis zum nächsten Mal... Und... Tschüss!